Reitsport über 750 Verletzungen im dortigen Unkilikum nachuntersucht und haben geschaut, was ist da passiert und warum. Reitsport heißt ja, fährt relativ hoch, fällt ja runter und es gibt eine gewisse Beschleunigung, Aufschlagen auf den Boden und so weiter. Von den Kindern und Jugendlichen, die mehr als zwei bis drei Mal in der Woche geritten sind, also regelmäßig geritten sind, haben die geringsten Teile von Verletzungen und die am wenigsten schweren, weniger als ein Drittel der Verletzungen und der Anteil an den schwersten Verletzungen, die Wirbelbrüchen und Nähmungen waren noch weit geringer. Diejenigen, die weniger als einmal in der Woche drauf sitzen, die ab und zu das machen, die also dann untrainiert sind, die noch herunterfallen und dann erheblich schwere Verletzungen, vor allem die typischen Wirbelbrüche, erst ein Endenwirbel, zweiter Weg die Wirbel mit entsprechenden Nähmungen. Also hier zeigt sich schon, dass eine gewisse Koordinationsfähigkeit in diesem Falle wichtig ist, gerade zur Sturzprophylaxe.